Boah, das ist eigentlich eine geile Idee. Warum ist mir die nicht früher eingefallen? Hm. Einfach einen Familienbetrieb draus machen. Lohn kriegen sie verständlicherweise natürlich keinen. Warum denn auch? So, dann fahren wir mal schnell heim. Ups, mein Hund liegt genau unter meinen Reifen. Calvin, mein bester. Fangfahrt. Kassierer. Tankstelle, Mitarbeiter. Daisy, es tut mir leid.